So, die Stadtaffen sind los. Ja, die sind los. Uns hat es heute ins schöne Karlstein verschlagen, hier findet heute die Party des Jahres direkt hinter uns in der Bayernhalle statt, Nightfly. René, erzähl mal, was hier los ist. Ja, Nightfly sagt schon der Name. Wir werden heute Nacht durch die Musik fliegen, deswegen Nightfly durch die Nacht, mit dem wohlbekannten Moderator von FFH, Felix Möse. Ja, Madeleine, noch ein Wort zu diesem wunderschönen Abend heute? Let's go! Ja, let's go! 1 2 3 4 5 6 10 Ich und du und Susanne und Klaus und Dieter gehen tanzen. Ich und du und Susanne und Klaus und Dieter gehen tanzen.